Musik Das mit dem Toyota. Dahinter dann auf drei Kilian Rivad, auf vier Michael Fischer, Marc Bohrmann auf fünf mit dem gelb-blauen Honda Civic. Hier ist die Marke. Er macht Bormann unterwegs bei seinem ersten Rett. Okay, der Privat jetzt im Angriff auf die 223 auf Kevin Kuleser. Mit dem BMW Neuer Führungland ist jetzt Kilian Rivat. Oh, da dreht er, sie schlägen immer leid. So sauber, die Privat jetzt machen. Das ist natürlich extrem erledig. Rot raus. Die Privat jetzt. Kevin Kuleser auf eins. Björl Möller, der hinter auf zwei Kehrer gewartet. Die Privat jetzt ist gleich auf wieder. Kevin Kuleser noch in Führung. Die drei Runden sind insgesamt jetzt zu fahren. Kuleser, Möller, Rivat, das sind die ersten drei. Björl Möller versucht außen vorbei zu gehen. Kuleser, Möller, 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 Möller. Möller und Säbel. Möller. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR